Hier sehen wir den praktisch Mikro-Streuer und zusammen sehen wir auch den praktisch 25 kg Sack Kalk. Jetzt leeren wir ein wenig Kalk in den Streuer hinein. Dann setzen wir die Akku-Boarmaschine drauf. Das Ganze wird mit einem Gurt befestigt. Indem wir die Akku-Boarmaschine betätigen, gibt es ein ganz schönes, gleichmässiges Streubild. So, wunderbar Streubild, zack zack. So. So.